Alpha, Alpha, wir kommen zur Spät zur Schule! Ich komme! Ja, du darfst doch nicht schlafen! Die Schule beginnt wieder, endlich ist alles vorbei! Aber ich bin so müde! Es ist so früh noch! Ja, es mag vielleicht früh sein, aber trotzdem, wir müssen auf jeden Fall zur Schule! Ja, komm Leute, wir gehen direkt rein! Leute, ich weiß auch noch, wie unser Klassenlehrer auswirkt, was auch so ein alter, dummer, hässlicher Kreis, oder? Kann sein! Wo ist unsere Klasse hier wieder? Ich glaube hier! Dann gehen wir mal rein, oder? Hä? Was geht? Jetzt war ich hier Lehrer gewonnen! Nehmt euch hin! Nein! Alle hinsetzen! Als ob du einfach Lehrer bist, Ente! Ich weiß nicht! Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal zu... Was? Was geht? Nein! Ente, auch Lehrer! Ja, Mann! Nein, 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 anders! Was geht? Was geht? Ja, Mann, richtig gut! Gut, äh, schön, dass ihr zur Schule gekommen seid und heute haben wir, welches Fach? Lucky Block-Unterricht! Ja! Lucky Blöcke! Ja, Mann! Und zwar geht ihr zwar bitte vor und nehmt euch ein paar Lucky Blöcke und macht die erst mal auf! Hallo, meine! Hallo, Anna! So viele Lucky Blöcke, Alter Schwede, was gibt es denn? Ja, Mann, Alter! Alter Schwede! So, Alter, ich wollte sagen! Der fängt an! Alter, das muss der Lehrer sagen! Alter, die fängt an! Ja, nee, der Lehrer muss sich zeigen, wie es geht! Und? Lol, eins ist schon richtig gut! Und was machst du? Der Lehrer kriegt gar nichts! Äh, war geplant! Oha, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Hey Lehrer, was macht man mit den Lucky Blöcken? Erklären Sie es mir bitte mal! Äh, lol! Hast du eine Mars-Chestplate gerade bekommen? Ist die gut? Ja, die ist richtig gut, IT! Wow! Ist die richtig cool, aber sollen wir auf den Planeten mal gehen? Krass, ja! Ja, vielleicht in einem anderen Video, Freunde! Also, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal und dann geht euch vielleicht auch nochmal auf den Mars-Planeten! Yeah! Okay, ich bin dran! Wow! Oha, tschüss! Lol! Alles meins! Hey! Alter, Schmähle, Leute! Oh, ich hab Schäden, Boots, die sind gefährlich! Oh, IT, was für einen Luck hast du denn? Darf ich die Schule abbauen? Äh, vielleicht? Tschüss! Emirates! Tschüss! Tschüss! Na, klack sie, Lehrer! Was? Ich hab mich jetzt... Das war IT! So, wir bauen alles wieder zu! Zack, 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 zack! Böde, böde, böde! Und, weiter geht's! Herr Lehrer, aber ich hab mal eine Frage... Woh? Oh! Aber, Herr Lehrer! Ja? Wann gibt's denn mal endlich Pause? Jetzt schon eine Pause? Okay, dann gehen wir in die Pause! Ja! Oh, ja, ja, okay, okay! Äh, ich hab keine mehr! Ach, Mann! Ach, Mann! Egal! Aber, Herr Lehrer, kommen Sie mit! Folgen Sie mir! Ja, ich komm mit! Folgen Sie mir unauffällig! Ich bin einfach den ganzen weiten Weg von da hinten hierher gefahren! Oha, mit dem Auto? Ja! Hast du überhaupt einen Führerschein? Äh, natürlich! Hä? Hört ihr das? Was denn? Hä? Es hört sich an wie ein Miau! Staubsauger! Da hab ich so ein Miau! Irgendwie toll! Lass, Lektor! Lass da, Mutter! Ja, genau! Moment mal! Guck mal! Hier ist eine kleine süße Katze! Es ist Bella! Lol! Oh, wie süß! Aber die ist ganz traurig! Lol! Du musst ja anfangen zu weinen! Wie süß! Leute, ich glaube, ihr habt Hunger! Habt ihr irgendwas zu essen für die kleine Bella? Weiß nicht! Ich muss mal bei Lucky Möcken gucken! So traurig! Kein Schwert! Nein! Nein! Aber ernsthaft! Ich kann die Katze einfach... Oh nein! Ich versuche, jetzt schwer essen zu kriegen in den Lucky Möcken! Ja, los! Wir brauchen welche auf! Wir müssen versuchen, Lucky Möcken zu kriegen und denen zu helfen! Ja! Wir brauchen unbedingt ein bisschen Essen! Schmeckt der Schade bei Jimmy? Das glaube ich endlich! Ich muss unbedingt Essen für die Katze! Dias? Ich glaube, Dias mögen Katze auch nicht! Nee, hier ist auch keine Dias! Nee! Vielleicht mögen die Magic Möcken! Ah! Alter, Leute! Die Katze tut mir so leid! Ja, aber habt ihr nichts zu essen für die? Moment! Habt ihr wirklich gar nichts? Nee! Ich glaube, ich habe Fisch bekommen von dem Lucky Möck! Echt jetzt? Wirklich? Aber den kann ich das essen? Weiß nicht, bestimmt! Vielleicht ist die Katze da einfach glücklich, Freunde! So, mal gucken! Hallo, kleines Katzchen! Oh, die freuen sich richtig! Alter, guck mal, das ist das Herz! Ja! Ja, wie süß die kleine Katze ist! Blablabla! Alter, Aitzi! Hast du dir schon Namen gegeben? Ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen sollen! Alpha soll mal einen Nachnamen aussuchen! Ja! Hey, ist Mia gut? Mia fällt kein Name ein! Ja! Alter, Mia! Mia! Mia, die süße kleine Katze, Leute! Das ist so cool einfach! Darf ich die auch mal streicheln, Aitzi? Ja, komm! Lass uns von Mia mitnehmen! Darf ich die streicheln? Na, damit nicht! Ach, Mann! Damit? Die folgt uns, glaube ich! Ja, los! Oh, schau dir! Oh, oh! Lass uns ein bisschen spielen auf dem Schulhof noch mit Mia! Die kommt gar nicht mit! Doch, die kommt! Doch, los, Mia! Los, kommt! Alter, lass auch Mia, unsere kleine Katze! Ist so! Blablabla! So cool! Ey, Leute, lass doch noch Fußball spielen mit Mia! Let's go! Sollen wir mit dir? Können wir vielleicht auch Lucky Blöcke aufmachen? Ist Mia der Ball? Habt ihr noch Lucky Blöcke für mich? Dann könnten wir vielleicht noch welche aufmachen! Warte, ich hab bestimmt noch welche in meiner Tasche! Zeig mal! Äh, IT, das ist so... Warte mal, die sitzen ganz tief da! Ja, da hab ich aber nicht mehr viele! Also, let's go, Freunde! Ich hab hier einen Äpfling! Nice! Halt's auf! Ich hab hier einen Schulschwänzen! Ey, komm wieder zurück! Alfa! Komm her! Herr Lehrer, es ist wie so, Mia, guckt auch schon nach oben! So süß! Komm her! So süß! So, wir machen erstmal auf dem Platz! Keine Schulschwänzen! Okay, okay, ich bleib hier! Let's go, Freund! Alter, guck mal! Lol! Das ganze Fußballfeld ist kaputt! IT, toll gemacht! Danke, IT! Wir müssen echt aufpassen, Leute! So cool! Alter, Leute! Ja? Was habt ihr noch bekommen? Ich hab Shade-Material! Toll, das Fußballfeld ist doch kaputter! Danke, IT! Ja, einfach der ganze Schluff ist Schrott! Ist so! Der Kettchen aufgeräumt, guck! Ja! Wow! Lol, IT! Lol! Lass mal reingehen, was essen! Ja, ich hab auch mega Hunger in die Kantine! Mia, komm mit! Komm mit! Komm mit! Und? Ich glaube, Mia hat gar keine Lust gehabt mitzukommen! Let's go! Ja, wenn ich dann lass sie! Die braucht vielleicht auch ihre Ruhe, IT! Und das stimmt! Lass mal in die Klassenraum gehen, dann können wir noch ein bisschen Unterricht machen mit Ette! Was geht? Und? Ette! Juhu! Leute, ich will... Also... Anzähl mal! Äh... Bis Mia! Guck mal! Nein, du bist mitgekommen, Alter! Ey, ohne Witz! Mia ist so eine gute Schülerin und ihr seid so schlecht! Strenkt euch mal an! Ey, wir sind gar keine Schüler, Mensch! Ich auch nicht! Was geht? Die sind ja die Blöcke! Wisst ihr was? Ich find Mia total cool, die wird in den nächsten Videos von uns immer dabei sein! Ja! Oh, yeah! Aber natürlich, nur wenn die Zeit hat! Und, äh... Was hast du gerade gesagt, Mia? Herr Mia hat gerade gesagt, sie hat einen ganz dringenden Termin! Muss los! Oh! Herr Wurden! Ich weiß nicht! Was? Mia? Du musst noch, äh... An die Dicken gehen? Tschüss! Tschüss! Lol! So cool! So süß! Lol! Hier sind aber noch Lucky Blöcke, Freunde! Ja, Mann! Immer noch! Ja, einfach! Die Shade-Lucky Blöcke! Alter Schwede! Die besten Lucky Blöcke im Spiel, Freunde! Alter Schwede! Nein, Alpha! Zieh die aus! Äh... Alpha, ich brenne einfach! Ich auch! Leute, wir sind einfach vergiftet und brennen! Äh, das ist ein Wasser, aber ich will das nicht mehr leben! Äh, da ist ein Brunnen, oder? Oh, nee, der ist weg! Ich hab Meteor! Komm, wir machen die Schule kaputt! Ja! Ey, ich bin Lehrer! Oh! Ja, trotzdem! Ich mag schulfrei! Es gibt keinen schulfreifreund! Alter, ich hab Magic Meteor! Lol! Wer das denn direkt aussieht! Verdammt! Oh, ja! Was ist hier passiert? Oh, das ist ja auch Meteor! Oh, das ist einfach hochgesprengt! Tschüss! Hoppala! Wow! Oh, mein Gott! Lol, ist mir da nicht gerade gewesen? Nein, die ist schon weg gewesen! Ach so! Aber es hat auch mega viel Spaß gemacht, Freunde! Ist so! Warte, ich hab immer noch Lucky Blöcke! Ey, Leute, lass mal nach Hause! Es ist schon voll spät! Ja, ich muss gerade noch die Schule kaputt machen! Ich mach dir ein Angebot, Alty! Komm mal zu mir jetzt! Ja, Alty, nimm doch mehr! Wo seid ihr? Hier vor der Schule, Ante, los! Gibt keine Schule mehr! Ey, ich mein vor der Ruine! Ach so! Ja, da, warte, ich komm zu euch! Machen wir jetzt auch einen Kampf oder nicht? Ey, das könnten wir halt echt machen! Habt ihr gute Items? Nee, gar nicht, aber egal! Wir können trotzdem kämpfen! Ja, wir machen jetzt einfach noch einen echten Lucky Blöcke Kampf! Ja! 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 Jeder darf sich so Items anziehen! Und dann... Warte! Ja, ohne Sch... Ja, zieht sich einfach Scheld an! Egal, du hast gesagt Items! Los! Okay, let's go! Los! Los! Wow! Alter, schwer! Heftig! Es brennt einfach alles, die ganze Schule... Wow! Lol, Alty, du bist viel zu OP! Ich kann sich nicht besiegen, warum? End-OP! Lol, alles explodiert! Also Leute, wenn es euch gefallen hat, ist auf jeden Fall ein Like und ein Abo da! Würde uns mega freuen! Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Freunde! Tschüss! Tschüss!